»Tatsächlich hat diese Musik etwas Absonderliches«, bemerkte ich bei dem Versuch, die Fäden meiner Erinnerung zusammenzuknüpfen. »Es ist, als ob sie käme und ginge, immer gleich und doch stets verschieden. Ich vermag es nicht genau zu erklären, aber es lässt mich an das denken, was Kircher über die Pest geschrieben hat. Die Krankheit entfernt sich und kehrt wieder, sie entfernt sich und kehrt wieder, und schließlich verschwindet sie endgültig, gerade dann, wenn sie ihren Höhepunkt erreicht. Es ist, als ob die Musik von diesen Dingen spreche. Ach ja? Umso besser. Dass das Rondo in der Tat etwas irgendwie Rätselhaftes und Undefinierbares hat, ging mir auch schon durch den Kopf, als ich es in den Tagen vor der Klausur hörte. Im Eifer des Nachdenkens hatte ich den eigentlichen Grund meines Besuchs bei Abbe Melani ganz und gar vergessen. Ich wollte eine Erklärung erhalten für die Worte, welche er im Schlaf gesprochen hatte. Aber Atto hinderte mich auch diesmal am Sprechen. Hör zu! Uns bleiben noch zwei ungelöste Probleme. In erster Linie, wem nützt das Antidot des Secretum Vitae gegen das Secretum Morbi und damit gegen seine allerchristlichste Majestät? Und dann? Was um alles in der Welt hat Dulcibeni vor? Er war mit Davy See und Fouquet unterwegs, bevor, mein armer Freund, und an dieser Stelle wurde Athos Stimme unter dem Gewicht seiner Gefühle brüchig, in deiner Lokanda starb. Ich wollte ihn gerade daran erinnern, dass man auch noch herausbringen müsse, wer oder was Schuld an dem rätselhaften Tod Fouquets trage und was aus meinen Perlen geworden sei, als der Abbe mir väterlich mit der Handfläche das Kinn hob und fortfuhr. Jetzt frage ich dich. Wenn ich gewusst hätte, an welcher Tür ich klopfen muss, um die von Kirche erwähnten Arkane OBCs zu finden, hätte ich dann so viel Zeit verloren, nur um in den Genuss deiner Gesellschaft zu kommen? Na ja, vielleicht nicht. Ganz sicher nicht. Ich hätte direkt auf Davy See gezielt, um ihm das Geheimnis seines Rondos zu entlocken. Vielleicht wäre es mir sogar ohne allzu große Mühe gelungen. Nein, möglicherweise weißt dir wie See nicht einmal genau, was sich in dem Rondo der Barrikade mysteriös verbirgt. Dann wäre ich Corvetta, Lausanne, Mademoiselle und diese ganze verflucht komplizierte Geschichte los. Genau da kreuzten sich wie zufällig unsere Blicke. Nein, mein Junge, ich muss dir sagen, du bist mir wahrlich eine kostbare Hilfe, aber ich habe nie versucht, dich zu täuschen, um mir deine Dienste zu erschleichen. Jetzt allerdings muss dich Abbe Melani noch ein letztes Mal um ein Opfer bitten. Wirst du mir noch einmal gehorchen? Die Antwort wurde mir vom Echo eines Schreis erspart. Ohne Mühe erkannte ich Christophanos Stimme. Ich verließ Abbe Melani und rannte zu Bedfordis Zimmer. Triumph! Wunder! Sieg! schrie der Arzt ein ums andere Mal, keuchend das Gesicht puterrot vor Aufregung, die Hand auf dem Herzen mit dem Rücken an die Wand gelehnt, um nicht zu fallen. Der junge Engländer, Eduardus Bedfordi, saß auf dem Bettrand und hustete vernehmlich. Könnte ich ein Glas Wasser bekommen? fragte er mit rauer Stimme, als sei er aus langem Schlaf erwacht. Eine Viertelstunde später drängten sich alle Gäste der Lokander um den verdutzten Devisé vor Bedfordis Zimmer. Freudestrahlend und atemlos vor Überraschung waren die Herbergsgäste wie ein munterer Bach im Flur des ersten Stocks zusammengeströmt und überschütteten einander mit Ausrufen des Staunens und mit Fragen, auf die sie nicht einmal eine Antwort erwarteten. Noch wagten sie nicht, sich Christophano und dem wiedererstandenen Engländer zu nähern. Der Medikus, der sich inzwischen wieder gefangen hatte, war gerade dabei, den Patienten sorgfältig zu untersuchen. Das Ergebnis folgte auf dem Fuß. Es geht ihm gut. Es geht ihm einfach ausgezeichnet. Ich würde sogar sagen, es ging ihm noch nie besser, verkündete Christophano mit einem befreienden Lachen, das die anderen so gleich ansteckte. Anders als mein Padrone, Signor Pellegrino, hatte Bedfordi innerhalb kurzer Zeit sein Bewusstsein vollkommen wiedererlangt. Er fragte, was vorgefallen sei, warum er am ganzen Leib sonderbare Verbände trage und ihm alle Glieder schmerzten. Das Aufschneiden der Beulen und die Aderlässe hatten seinen jungen Leib übel zugerichtet. Bedfordi erinnerte sich an nichts. Auf alle der besonders von Brennozzi gestellten Fragen reagierte er verwirrt, riss die Augen auf und schüttelte müde den Kopf. Bei genauerem Hinsehen stellte ich fest, dass nicht alle in derselben Stimmung waren. Den Gegenpol zur Freude von Pater Robleda, Brennozzi Stilone Priaso und meiner Chloridia, die mir ein strahlendes Lächeln schenkte, bildeten das bewegte Schweigen der Visés und die wechserne Blässe Dulci Benis. Ich sah, wie Melani nachdenklich an Christophano eine Frage richtete, sich dann entfernte und wieder die Treppe hinaufging. Erst aufgrund des allgemeinen Jubels begriff Bedfordi endlich, dass er an der Pest gelitten und tagelang als hoffnungsloser Fall gegolten hatte. Aus seinem Gesicht wich alle Farbe. »Aber dann, diese Vision«, rief er aus. »Welche Vision?« fragten alle im Chor. »Also, ich glaubte, in der Hölle zu sein.« Der kaum Genesene erzählte, er erinnere sich nur an das Gefühl, plötzlich immer tiefer und tiefer und schließlich ins Feuer gestürzt zu sein. Dann, nach wie langer Zeit wußte er nicht zu sagen, war ihm kein Geringerer als Luzifer selbst erschienen. Der Teufel mit grüner Haut und einem Bärtchen auf Oberlippe und Kinn, genau wie derjenige Christophanos zeigte er, schob ihm eine seiner roten Krallen, aus der Feuerzungen hervorschlugen in den Rachen und versuchte ihm die Seele aus dem Leib zu reißen. Als ihm dies nicht gelang, stieß Luzifer mit seinem Dreizack mehrmals zu und ließ ihn fast verbluten. Dann ergriff die grässliche Bestie seinen zermarterten Leib und warf ihn ins siedende Pech. Und hier schwor Bedfordi, dass ihm alles furchtbar wirklich erschienen sei und er nie geglaubt hätte, dass man so vor Schmerzen schier zerbersten könne. In dem Pech hatte der junge Mann eine recht lange Weile ausgeharrt, hatte sich gewunden vor Schmerzen zu Gott um Vergebung für all seine Sünden und seinen schwachen Glauben gebetet und den Allerhöchsten angefleht, ihn aus diesen höllischen Qualen zu befreien. Dann nur noch Finsternis. Wir hatten in ehrfürchtigem Schweigen zugehört. Nun aber wetteiferten die Herbergsgäste darum, wer stimmgewaltiger das geschehene Wunder pries. Pater Robleda, der sich während Bedfordis Bericht mehrmals bekreuzigt hatte, beugte sich vorsichtig aus der Gruppe heraus zu dem Engländer hin und segnete ihn tief bewegt aus der Entfernung. Daraufhin knieten einige nieder und bekreuzigten sich ebenfalls. Nur das Gesicht des Arztes hatte sich verfinstert. Er wußte ebenso gut wie ich, dass Bedfordis Vision nichts anderes war, als die im Fieberwahn verzerrte Erinnerung an die grausamen Behandlungen, denen Christophano ihn ausgesetzt hatte, während er pestkrank da niederlag. Die Teufelskralle, die ihm die Seele aus dem Leib reißen wollte, waren die kaiserlichen Bisamküglein, mit denen der Arzt den Kranken zum Erbrechen bringen wollte, während in Luzifers gnadenlosem Dreizack unschwer die Werkzeuge zu erkennen waren, mit denen Christophano den Adalas praktizierte. Und in siedendes Pech gar hatte der arme Bedfordi in seinen qualvollen Visionen den heißen Kessel für das Schwadenbad verwandelt. Bedfordi war hungrig, gleichzeitig aber klagte er über ein heftiges Brennen im Magen. Christophano befahl mir deshalb, ein wenig von der übrig gebliebenen Taubenbrühe aufzuwärmen. Sie sei nahrhaft und würde auch die Eingeweide beruhigen. In dem Moment aber schlief der Engländer ein. Wir beschlossen, ihn ruhen zu lassen und gingen alle in die Räume im Erdgeschoss hinunter. Eigenartigerweise sorgte sich niemand darum, ohne Erlaubnis des Arztes sein Zimmer verlassen zu haben und auch Christophano, der sie allesamt hätte schelten und wieder zurückschicken müssen, tat nichts dergleichen. Die Pest schien vorüber. Durch stillschweigendes Übereinkommen war die Klausur aufgehoben und niemand erwähnte sie auch nur. Die Herbergsgäste des Donzello schienen ebenfalls großen Hunger zu haben. Deshalb stieg ich in den Keller hinunter, entschlossen, mit den besten Ingredienzen ein kräftiges, richtig fettes Festessen zu bereiten. Während ich kopfüber fast bis zu den Füßen im gepressten Schnee steckte und nach Rehklein, Kalbsbrieschen und Hammelfleisch wühlte, um es in Wurzelsud gesotten zuzubereiten, bedrängten mich unzählige Fragen. Wie war es möglich, dass Bedfordi die Krankheit überwunden hatte? Der Visee hatte auf Robledas Rat für ihn gespielt. Vielleicht war also die Lehre der Jesuiten über den Magnetismus der Musik doch richtig. Der Engländer war freilich erst nach den Barrikad mysteriös zu neuem Leben erwacht. Aber sollte dieses Rondo nicht nur eine Schiffrierung des Sekretum Vitae sein? Das jedenfalls hatte Abimelani vermutet. Jetzt dagegen hatte diese Melodie sich als das Heilende selbst erwiesen. Nein, ich vermochte beim allerbesten Willen keine Ordnung, in diese verwickelte Geschichte zu bringen. Ich musste, so schnell es ging, mit Abimelani sprechen. Auf dem Weg nach oben hörte ich Christophanos Stimme und im Gastzimmer sah ich, dass Atol sich zu den anderen gesellt hatte. »Was soll ich sagen?« fragte sich der Arzt an die kleine Versammlung gewandt. »Es wird der Magnetismus der Musik gewesen sein, wie Pater Robleda sagt. Oder meine Behandlungen. Ich weiß es nicht.« Wahr ist, dass niemand den Grund kennt, warum die Pest so unversehens verschwindet. Das Ungewöhnlichste an diesem Fall aber ist, dass Bedfordi kein Zeichen von Besserung gezeigt hat. Im Gegenteil, er rang mit dem Tod, und ich hätte wohl bald bekannt geben müssen, dass alles Hoffen vergebens gewesen war. Robleda nickte heftig, den Kopf den anderen zugewandt, um zu zeigen, dass er über diese verzweifelten Momente bereits unterrichtet war. »Ich kann nur sagen«, fuhr Christopher nur fort, »dass dies nicht der erste Fall ist. Manche erklären dergleichen geheimnisvolle Heilungen mit der Überzeugung, dass die Pest nicht in den Haushaltsgerätschaften, den Häusern oder sonstiger Materia haften bleibe, sondern von heute auf morgen auf unbegreifliche Weise verschwinden kann. Ich erinnere mich, dass während der Pest des Jahres 1656 hier in Rom, bei der ich zugegen war, keine Arznei das Geringste helfen wollte. Als letztes Mittel entschloss man sich daher, eine große Fastenzeit und viele Barfüßer-Prozessionen anzuordnen, um in Sack und Asche gehüllt, zerknirscht und unter Tränen Vergebung der Sünden zu erflehen. Da soll der Herrgott den Erzengel Michael geschickt haben, welcher mit dem blutigen Schwert in der Hand von der Bevölkerung der ganzen Stadt am 8. Mai über der Engelsburg gesehen wurde. Von jenem Tag an hörte die Pest mit einem Schlag auf und nirgends blieb mehr ein einziges Kontagium, nicht einmal in Kleidern und Betten, die gewöhnlich einen äußerst gefährlichen Träger der Ansteckung darstellen. Und das ist noch nicht alles. Auch die Geschichtsschreiber der Antike erzählen von solch wundersamen Vorkommnissen. Im Jahr 567 wird überliefert, grassierte eine wilde und höchst grausame Pestilenz in der ganzen Welt, die nur ein Viertel der Menschheit überlebte. Dann aber ließ sie abrupt nach und es blieb kein einziges Kontagium in irgendeinem Gegenstande. Auch 1348 wurde die ganze Welt drei Jahre lang vom schwarzen Tod heimgesucht und Maxime wütete sie in Mailand. Wo 60.000 Menschen sterben und in Venedig, wo die Seuche ebenfalls gewaltiges Verderben anrichtete. Bei der Pest von 1468 pflichtete Brennozzi dem Arzt bei, starben in Venedig 36.000 Menschen, in Brescia mehr als 20.000 und viele Städte waren gänzlich öd und entvölkert. Allein, auch diese beiden Epidemien verschwanden ganz plötzlich und schwelten nirgends weiter. So auch bei den folgenden Kontagien. 1485 grassierte die Seuche am allerärgsten in Venedig, sodass daran viele vornehme Adelspersonen starben, darunter sogar der Doge Giovanni Mocenigro. 1527 war ebenfalls ein allgemeines Sterben in der ganzen Welt. 1556 tauchte sie schließlich in Venedig und seinem ganzen Herrschaftsgebiet wieder auf, auch wenn sie wegen der guten Ordnung des Senats wenig Schaden anrichtete. All diese Ansteckungen gingen freilich von einem bestimmten Moment an spontan zurück und nicht das geringste Gift selbiger Seuche blieb zurück. Wie, wie nur lässt sich das erklären, schloss er emphatisch mit hochrotem Haupt. Ja, auch ich habe es bisher vorgezogen zu schweigen, um nicht als Unglücksbringer dazustehen, mischte sich Stilone Priaso mit ernster Stimme ein. Aber nach Ansicht der Astrologen sterben durch den bösen Einfluß des Hundsterns in den letzten beiden Wochen des August und den ersten drei im September alle Pestkranken innerhalb von zwei oder drei Tagen, wenn nicht gar innerhalb von 24 Stunden. Bei der Pest von 1665 in London war dies tatsächlich die böseste Zeit und das heißt, in einer einzigen Nacht seien zwischen ein und drei Uhr morgens mehr als 30.000 Menschen dahin gerafft worden. Bei uns dagegen hat sich in demselben Zeitraum nichts dergleichen zugetragen. Ein Schauder der Angst und Erleichterung lief durch die kleine Versammlung, während Robleda aufstand und neugierig in die Küche kam. Als von dem Rehklein und dem Hammel in Wurzelsud die ersten verführerischen Düfte aufzusteigen begannen, servierte ich eine Brühe mit Spargel und herben Weintrauben, um den ärgsten Hunger zu stillen. Auf dem Höhepunkt der Pestilenz in Rom im Jahre 56, griff Christopher nur seine Erzählung wieder auf, war ich ein junger Medikus und ich erinnere mich, dass ein Kollege, welcher mir einen Besuch abstattete, prophezeite, das Wüten der Seuche werde bald ein Ende nehmen. Gerade aber in jener Woche wurden die meisten Toten des ganzen Jahres gemeldet. Darauf wies ich meinen Zunftgenossen hin und fragte ihn, worauf er denn seine zuversichtlichen Vorhersagen gründe. Er aber gab mir die höchst überraschende Antwort. Ich schließe es aus der Zahl der in diesem Augenblick erkrankten Menschen, denn wenn die Krankheit so tödliche Kraft besäße wie vor zwei Wochen, dann müssten wir das Dreifache an Toten haben. Damals starben die Befallenen innerhalb von zwei oder drei Tagen, jetzt hingegen dauert es acht oder zehn Tage. Vor zwei Wochen zählte man höchstens eine Heilung auf fünf Fälle, während wir jetzt mindestens drei Heilungen auf fünf Fälle annehmen können. Ihr könnt sicher sein, dass im nächsten Wochenbericht die Erkrankungen noch weiter sinken, die Heilungen dagegen zunehmen. Die Seuche hat ihre Malignität verloren und obwohl die Zahl der Infizierten immer noch hoch ist und die Ansteckung sich ausbreitet, wird die der Toten immer geringer werden. Und geschah es wirklich so? fragte der Vizet sichtlich verstört. Ah, genau. Zwei Wochen später wurden nur noch halb so viele Tote gemeldet. Die Zahl war in Wirklichkeit immer noch sehr groß, doch viel höher war jetzt die der Geheilten. Dass sein Kollege sich nicht getäuscht hatte, wurde, so erklärte Christopher nur weiter, in den folgenden Wochen ganz augenscheinlich. Einen Monat später war die Zahl der Toten wesentlich geringer, obwohl immer noch Zehntausende erkrankt waren. Die Seuche hatte ihre Malignität verloren, wiederholte der Arzt, und zwar nicht schrittweise, sondern mitten in ihrem Wüten, als wir alle vollkommen verzweifelt waren, gerade so, wie es uns jetzt mit dem jungen Engländer ergangen ist. Nur die Hand Gottes kann den Lauf der Krankheit so je unterbrechen, gab der Jesuit bewegt zu bedenken. Christopher nur nickte ernst. Die ärztliche Kunst war ohne jede Macht gegen das Contagium. Der Tod raffte die Menschen allüberall dahin, und wenn es noch zwei oder drei Wochen so weitergegangen wäre, hätte in Rom keine einzige Menschenseele überlebt. Nachdem die Pest jedoch ihre todbringende Macht eingebüßt hatte, so fuhr der Arzt fort, starb nur noch ein sehr kleiner Teil der Befallenen. Die Medici selbst waren darüber verwundert. Sie konnten zusehen, wie es den Patienten besser ging. Diese schwitzten stark und ihre Beulen waren auf dem Weg der Reifung, die Schwellungen entzündeten sich nicht mehr. Die Temperatur war nicht mehr erhöht und das Kopfweh verschwunden. Auch Ärzte von keineswegs glühender Frömmigkeit waren schließlich gezwungen zuzugeben, dass der plötzliche Rückgang der Pestilenz übernatürlichen Ursprung sein müsse. Die Straßen bevölkerten sich mit eben Genesenen, die Hals und Haupt noch verbunden hatten, oder wegen der Beulennarben in der Leiste hinkten, und alle waren voller Jubel darüber, der Gefahr entronnen zu sein. Da erhob sich Robleda, zog aus seinem schwarzen Gewand ein Kruzifix hervor, hielt es den Zuhörern hin und rief feierlich aus. Welch wunderbare Wendung! O Herr, unser Gott! Die wir bis jetzt lebendig begraben waren, hast du zu neuem Leben erweckt. In brennender Dankbarkeit knieten wir nieder und stimmten mit dem Jesuiten ein Loblied auf den Höchsten an. Danach genossen alle das aufgetragene Essen in vollen Zügen. Ich jedoch konnte meine Gedanken nicht von Christophanos Worten lösen. Demnach folgte die Pest einem geheimnisvollen natürlichen Kreislauf, durch den sie sich zuerst verbreitete, dann plötzlich schwächer wurde, ihre tödliche Kraft verlor und schließlich ganz versiegte. Sie verschwand auf ebenso rätselhafte Weise, wie sie gekommen war. Morbus crescit sicut mortales, senescit ex abrupto. Die Krankheit wächst wie die Menschen und altert ganz unversehens. Waren das nicht die gleichen Worte, wie sie Abimelani in dem kryptisch formulierten Brief von Pater Kircher gelesen hatte, den er in Dulcibenis Unterhosen gefunden hatte? Nachdem ich am Küchentisch hastig meine Mahlzeit heruntergeschlungen hatte, kehrte ich ins Speisezimmer zurück, um mich mit Atto durch einen Blick zu verständigen. Sobald wie möglich würde ich ihn aufsuchen. So brachte ich zunächst Pellegrino sein Essen, der als wiederhergestellt gelten konnte, bis auf die persistierende Benommenheit im Kopf. Der Arzt kam vorbei, um mir zu sagen, dass er selbst dem jungen Engländer die Brühe bringen wollte. Ich ergriff die Gelegenheit, um zu fragen, Signor Cristofano, könnte man der Visée nicht auch im Zimmer meines Padrone spielen lassen, um ihn wieder so munter wie früher zu machen? Ich glaube, es würde nichts nützen, mein Junge. Leider haben sich die Dinge nicht so entwickelt, wie ich dachte. Pellegrino wird nicht so bald ganz zu sich kommen. Im Laufe der letzten Tage habe ich seine Gesundung genau verfolgt. Ich bin sicher, dass es sich nicht um die Peteechen und schon gar nicht um die Pest handelt, und das hast wohl auch du schon begriffen. Aber was hat er dann, flüsterte ich bestürzt über den leeren und stumpfen Blick des Wirts. Blut im Kopf in Folge so eines Sturzes auf der Treppe, ein Blutgerinnsel, das nur sehr, sehr langsam zurückgeht? Ich glaube, bis dahin werden wir längst alle gesund und munter hier herausgekommen sein. Aber keine Angst, dein Padrone hat doch eine Frau, oder? Und mit diesen Worten verschwand er. Während ich Pellegrino fütterte, dachte ich mit einem Stich im Herzen an sein unglückliches Los, wenn ihn seine gestrenge Gattin in diesem abgestumpften Zustand vorfand. Erinnerst du dich an das, was wir gelesen haben, schleuderte mir Atto entgegen, kaum, dass ich sein Zimmer betreten hatte. Nach Kirche entsteht, wächst, altert und stirbt die Pest, genau wie die Menschen. Kurz vor dem Ende bäumt sie sich noch einmal auf, erreicht ihren Höhepunkt, um dann zu verschwinden. Genauso hat Christophanus vorhin beschrieben. Eben. Und weißt du, was das bedeutet? Vielleicht, dass Bedfordi von selbst gesundet ist und nicht dank des Rondos? Du enttäuschst nicht, mein Junge, begreifst du es denn nicht? Die Pest stand in dieser Lokanda erst am Anfang. Sie hätte erst um sich greifen müssen, bevor sie ihre tödliche Wirkung verlor. Doch es ist ganz anders gekommen. Niemand anderes ist krank geworden. Weißt du, was ich glaube? Seit Devisé an sein Zimmer gefesselt angefangen hat, immer häufiger das Rondo zu spielen, hat diese Melodie die Räume der Lokanda durchströmt und uns vor Ansteckung bewahrt. Glaubt ihr wirklich, dass wir nur dank dieser Musik keine weiteren Pestkranken bekommen haben? fragte ich zweifelnd. Das ist kaum zu glauben, ich weiß, aber überlege, seit Menschengedenken hat es angesichts der Ausbreitung der Pest nie genügt, sich einfach allein in ein Zimmerchen einzuschließen. Von Christophanos vorbeugenden Remedia wollen wir gar nicht reden, lachte der Abäe, und außerdem sprechen die Tatsachen eine unmissverständliche Sprache. Der Arzt war jeden Tag mit dem armen Bedfordi in Kontakt und hat dann alle anderen aufgesucht. Aber weder er noch einer von uns ist krank geworden. Wie erklärst du dir das? Ist schon wahr, dachte ich, wenn auch ich gegen die Ansteckung mit der Pest gefeit sein mochte, ließ sich das doch keineswegs für Christophano behaupten. Nicht nur das, fuhr Atto fort. Sobald er dem Rondo direkt ausgesetzt war, erwachte selbst Bedfordi, der nahe daran war, seine Seele Gott zu überantworten, wieder zum Leben, und die Krankheit war im wahrsten Sinne des Wortes wie weggeblasen. Es ist, als hätte Pater Kircher ein Geheimnis aufgedeckt, das bei den Pestkranken den natürlichen Ablauf des Morbus beschleunigt und ihn vertreibt, ohne dass er Schaden anrichten kann. Ein Geheimnis, das aber auch die Gesunden vor dem Contagium schützt. Bravo, du hast es erfasst. Das in dem Rondo verborgene Secretum Vitae wirkt genauso. Auf seinem Bett ausgestreckt fasste Atto alles noch einmal zusammen. Der Visee hatte mit seinem Spiel Bedfordi wieder zum Leben erweckt. Die Idee stammte von Robleda, der vom heilenden Magnetismus der Musik überzeugt war. Anfangs jedoch hatte der Franzose lange gespielt, ohne dass etwas geschehen wäre. Du wirst bemerkt haben, dass ich mich nach Bedfordis Genesung mit dem Arzt unterhalten habe. Also, er hat mir bestätigt, dass der Kranke erst, nachdem der Visee das Rondo gespielt und mehrmals wiederholt hatte, Lebenszeichen gab. Ich habe mich gefragt, was mag sich wohl hinter diesen vermaledeiten barrikad mysteriös verstecken? Auch ich habe darüber nachgedacht, Signor Atto. Diese Melodie muss geheimnisvolle Kräfte besitzen. Genau, als Hauptkircher darin ein heilendes Geheimnis verborgen hätte, das mit der Musik, darin es wie in einem Schrein bewahrt ist, jedoch so eins ist, dass es seine machtvolle, wohltuende Ausstrahlung allein beim Anhören des Rondos entfaltet. Hast du das jetzt wirklich verstanden? Ich nickte, ohne wirkliche Überzeugung. Aber könnten wir nicht mehr darüber erfahren, wurde ich weiter. Könnten wir nicht versuchen, das Rondo zu entschlüsseln? Ihr versteht doch etwas von Musik. Ich probiere Devisee, die Tabulaturen zu entwenden, und dann könnten wir einen Versuch wagen. Vielleicht gelingt es uns preis. Überaus anmaßend wollten wir die Quadratur des Kreises finden. Und ich als erster, dem Geometer gleich, der tief in Sinnen, das Maß des Kreises sucht betörter Meinung und grübelnd nicht den Grundsatz kann gewinnen, so stand ich bei der plötzlichen Erscheinung, wie der Dichter sagt. Worte eures Lehrers, Signor Luigi? Diese nicht. Sie stammen von einem göttlichen Landsmann, der einige Jahrhunderte früher gelebt hat, heute aber leider vergessen ist. Damit wollte ich dir nur sagen, dass wir uns den Kopf zerbrochen, unser Herz indes nicht bemüht haben. Also haben wir alles falsch verstanden, Signor Atto? Nein, was wir entdeckt, erahnt und abgeleitet haben, war alles richtig, jedoch unvollständig. Und das heißt? Mit Gewissheit ist in diesem Rondo verschlüsselt, ich weiß nicht, welche Formel Kirchers gegen die Pest enthalten. Aber das ist nicht alles, was Kircher uns sagen wollte. Das Geheimnis des Lebens ist mehr und das kann nicht ausgesprochen werden. Du wirst es weder in Worten noch in Zahlen finden, allein in der Musik, so lautet Kirchers Botschaft. Noch immer halb auf dem Bett ausgestreckt, hatte Atto sein Haupt an die Wand gelehnt und schaute sinnend über mich hinweg ins Leere. Ich war enttäuscht. Abimelanis Erklärung stillte meine Neugier nicht. Aber gibt es denn keine Möglichkeit, die Melodie der Barrikade mysteriös zu entschlüsseln? So könnten wir endlich das Geheimrezept erfahren, das von der Pest zu heilen vermag, beharrte ich. Vergiss es. Wir könnten jahrhundertelang über diesen Notenblättern brüten, ohne auch nur eine Silbe heraus zu bekommen. Uns bleibt nur das, was wir heute gesehen und gehört haben. Dieses Rondo heilt beim bloßen Anhören von der Pest. Das muss uns genügen. Auf welche Weise ihm solches dagegen gelingt, vermögen wir nicht zu verstehen. Hier ward der Flug der Fantasie bezwungen, zitierte der Abbe noch einmal seinen Landsmann und schloss, dieser verrückte Athanasius Kircher war jedenfalls ein bedeutender Mann der Wissenschaft und der Religion und hat uns mit seinem Rondo auch eine Lektion in Demut erteilt. Vergiss das nie, mein lieber Junge.